Traktorsound, ein Podcast über Traktoren, Schlepper und Trecker. Durch den Podcast führt Gregor Atzbach. Vor uns steht ein Porsche Diesel 308. Wie heißt denn du? Leon. Ist das dein Trecker? Nein, von meinem Ziehoper. Aber du fährst mit dem? Ich fahre mit dem, ja. Hat ein bisschen Patina, aber an sich ein bisschen ölig, sieht er einen guten Schuss aus. Ja, läuft noch, springt an, alles kein Problem, auch im Winter. Was machst du mit dem? Heu machen wir noch damit oder mal Schneidwerkswagen fahren oder Weihnachtsbäum sammeln mit der Feuerwehr oder so sagen. Also Trecker vor jedem Einsatz. Ja. Und ab und zu stellst du ihn aus? Das ist jetzt das erste Mal, wo ich jetzt mit dem hierher gefahren bin. Ich weiß nicht, ob der Richard sonst damit gefahren ist, zu sowas, aber ich glaube nicht. Ja, mach doch mal an. Ja, kann ich mal an. Wie viel PS hat der? 38. 30 und wie schnell? 22, 23. Wenn man richtig Vollgas gibt, 23. Und wie alt ist der? Von Baujahr 60 ist der. 60. Für was wurden die so verwendet? Alles. Der hat nur kein Allrad, also so richtig schwere Feldarbeit konnte er nett machen, aber der war schon gut zu gebrauchen. Also ein Trecker für jeden Einsatzzweck, so wie er auch heute noch im Einsatz ist. Das habe ich damals noch gehabt, aber der ist ab. Was war das? Ein Mehlwald. Ein Mehlwald. Der ist aber ab. Habt ihr den noch, oder? Ja, der ist jetzt noch da. Und den benutzt ihr dann? Achso. Da fehlen die Messe, die sind abgeboren, nach und nach und irgendwann wurde er abgeschlaufen. Und zum Heumachen hängt ihr dann hinten was dran, oder? Ja, ein Mehlwerk kommt da dran, ja. Ein Mehlwerk. Ja, hören wir nochmal ein bisschen in den Trecker. Ja. Hat der auch einen Namen, der Trecker? Nö, soweit ich weiß es nicht. 38er eigentlich, sagt immer jeder. Okay. Weil 38 beessert. Na ja. Dann vielen Dank. Kein Problem. Das war Traktorsound. Fotos der Traktoren und weitere Folgen gibt es im Internet auf traktorsound.de. Das war Traktorsound.de